Ja, und vorab, das ist Stein, also der normale. Hier ist eng zum Eisen gerade falsch gewesen. Weiß du? Ich hab ja Team Eisen. Zwei gehört mir. Meine ist dunkel. Oh, jetzt muss ich kurz warten. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Let's Play Together. Und ja. Weiter geht's. Ey, wir sind zu dumm, wir können doch Holzkohle machen. Ey, scheiße. Aber fackeln geht das nicht. Ah, stimmt ja. Ach ja. Hast du eine Treppe nach oben gebaut? Ach, der ist hier. Danke. Ja. Ey, ich will jetzt rausbauen, warte mal. Wieso gar nicht fertig? Nein, ich will in ihrem Leben. Mach Leben hin. Kochessen, bitte essen. Ja, aber ich komme. Ja, aber ich komme. Ja, aber komm her, ich geb dir doch Essen. Und drinnen. Ey, bin Gottes Eisen. Wow. Ein, zwei. Und jetzt spielt ein Krieg. Ey, gib mir das eine Eisen, gib mir mal bitte. Kann ich mir eine Schlagnacke machen. Kann ich mir eine Schlagzecke machen. Und warte mal bitte. Oh, und du sagst, 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 du sagst. feldberg was man muss ja war ich noch mal ganz kurz 20 aufsendung Schönen Schönen Aufsendung Ja, ja, Aufsendung Oh Was kann ich schon sagen? Hey Gut, wir haben hier unten etwas gelegt Ist die Treppe fertig? Hallo Ja Kochen wir nicht einfach das Holz Bei den Bäumen Wir kriegen noch die die Holz Wenn es dann kann Unsere Pakt Wien 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 und ich ja genau ich in Aura das kommt von Pascal ja genau immer ich irgendwie ne Aron guckt Das war nichts, was du nicht machen kannst. Das war nichts, was du nicht machen kannst. Da kommt die Kohle vorbei. Habt ihr schon Kohle? Nö. Ich geh jetzt irgendwo farm. Äh, ich geh auch gerade farm. Aaron, jetzt geh mal die Kohle. Lass du ihn hören, sonst ist das. Penner, jetzt ruft der mich an. Ja, ja. Kevin. Ich lass es klingeln. Halt die Fresse. Habe ich noch mal ein Handy anzurufen? Aaron, gib mal einmal Kohle. Oder dann hab ich keinen draus gemacht. Kohle, keine Kohle. Ich hab' ihn einfach nie gemacht. Jetzt mach ich auch noch mal kurz. Ich hab' 28 Kapitel gemacht. Du, du, du. Hallo! Kuhle, 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 kuhle. Was ist das? Kuhle, 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 kuhle der Wasserloch da ist ein Weg gemacht hast das ist das ist die Betriebe die Unternehmung weil das was was geil ist die er hat mich jetzt sind wir nicht quasi gar nicht die Anrufe das heißt er hat gesagt er sei er er geht ich sollte er wird k er kann man sagen wenn du bei mir bist kann sein so aber auch noch aber kann auch noch mal bereit mein Name zu tippen wenn ich sage tippen dann muss ich nicht tippen tippen hast du ey gibt es überhaupt noch Kohle Aaron hast du hallo hallo ich bin jetzt zu selbst kieselstein habe ok wenn ich sage tippen dann muss man schnell tippen wenn ich sage tippen dann muss man schnell tippen n n jetzt werden n egal egal ich hab gerade ein paar als Lachdiener Schienen weil ich wollte gerade die Töten und dann ich dachte dass wir ein Krieg bauen das war man abgehen die Verlagerung ist wichtig hat er auch vergessen für mich im Haus schon gar kein Essen mehr ich auch noch vier und herzen ich muss noch hier so zu bleiben ich werde nach null ich bin ja hier hat irgendwer glatten stein also glatten stein ja nur ein stein er in der Ehe einer zentritt er hat immer mehr mehr damals schon erledigt ich habe mich nicht ich weiß weiß die kiste das ist neben dem rufen nicht nehmen wir da die 22 verarbeiten stein raus er hat er hat die weit weg um m k k er wird oder den Städte er in der Ruhe zu holen können ich habe ja auch Stülpt erheben wie das alles nicht bis hier in der Welt machen die ganze Steine die hier sind ja aber ja dann lassen dann gern ihren zu unserer Miene wenn wir ein Fett sollten denn es wäre mit ja er ist stark oder gar nicht mal nicht mal schon die Treppenhaus auf der Welt er ist er mag ich ein Jahr okay das ist halt alles was aus das kann sein kämpfen Ach nee sollten wir ja vielleicht nicht nur Weinstein nehmen weil das sieht schon besser aus oder eigentlich so und soll hier machen na dann machen wir das aber die die halt guckt Burak da wo der Dreck hier ist das kann man ja lassen weil er bis heute eine gut wie länger können wir ihn noch aufnehmen Burak was? wie lange können wir ihn noch aufnehmen? noch 10 Minuten aber ich mach nur die beiden Passen nehmen mich nicht auf ja weil wenn ich aufnehme dann lächst du bei mir vor ja schalt deine Einstellung unter boah schalt deine Einstellung unter deine Sichtweite so ganz unterstellen und ich möchte gleich noch was sagen mir ja gleich kommt pass auf ich bin schwanger ja klar von wem weg von mir das ist sicher aber weißt du was? ich kann ja gar nicht warten du FORE WIr Und abonnieren, nicht vergessen Und Pascals YouTube-Account Auch nicht abonnieren, vergessen Und Aaron auch nicht Wie hieß dein Sauron? Gameplay the Game Gameplay the Game und Pasi LP, also Let's Play Nicht vergessen, nicht abonnieren Ciao